Dieser Teppich ist bisher der größte Fail, den ich je gemacht habe. Ich dachte wirklich, mein dritter Teppich wird mein bester Teppich. Denn ich habe ja schon ganz schön viel Übung gehabt. Aber es sind jetzt schon so große Löcher entstanden. Am Schluss zeige ich euch nochmal genau, was ich meine. Denn von weiter weg erkennt man das gar nicht richtig. Um Bommels herum wollte ich ein Herz machen. Und zwar in verschiedenen Farben. Für die erste Herzfarbe habe ich schon drei Wolleknölle verbraucht. Und leider hatte ich von der Farbe nicht mehr. Deswegen kann ich jetzt einfach nicht weitermachen. Aber ganz komischerweise, genau bei dem Herz ist alles gut gelaufen. Also bisher ist noch kein einziges Loch entstanden. Nach dem mittleren Blau habe ich noch ein helles Blau gemacht. Und noch ein helleres gab es nicht. Deswegen habe ich einfach ein weiß in die Mitte gemacht. Und das, was ihr jetzt hier im Stelldurchlauf seht, dafür habe ich einfach fünf Stunden gebraucht. Und hier seht ihr jetzt nochmal, was ich mit Löchern meine. Hier oben bei den Haaren sieht alles super aus. Aber unten am Körper ist so ein Riesenloch entstanden.